James Hamilton Charles Watt ist Professor für Neutestamentliche Sprache und Literatur am Princeton Theological Seminarie. Dort steht er unter anderem einem Projekt zur Erforschung der Schriftrollen vom Toten Meer vor. Er ist bekannt für seine Erforschung apokryfer und pseudepigraphischer Schriften zum Alten und Neuen Testament und der Schriftrollen vom Toten Meer. Des Weiteren forscht er über Josephus, den historischen Jesus und das Johannes-Evangelium. Charles Watt ist einer der Gründer und altgedientes Mitglied des Henoch-Seminars und Beirat des Henoch-Journals. Er hat über 60 Bücher herausgegeben oder verfasst. 2001 war er einer der Interviewpartner in der prämierten BBC-Dokumentarreihe »Evson of God«, die dem Leben Jesu gewidmet war und darstellen wollte. Was nach heutigem Wissen stand über ihn zu sagen ist. Sonstiges Charles Watt ist ordinierter Geistlicher der Methodistischen Kirche. Publikationen Als Autor New Light from Exciting Archaeological Discoveries New York 1988 ISBN 0-3-8-5-2-3-6-1-0-7 The Old Testament, Pseudepigrapha and the New Testament Polygomena for a Study of Christian Origins Cambridge University Press Cambridge 1985 The Good and Evil Serpent How a Universal Symbol became Christianized Yale University Press New Haven 2010 ISBN 0-3-0-0-1-4-0-8-2-7 Als Herausgeber The Old Testament Pseudepigrapha 2 Volts Double Day New York 1983-85 Jesus and the Dead Sea Scrolls Double Day New York 1992 The Messia The Messia Developments in Early Studism and Christianity Minneapolis 1992 The Bible and the Dead Sea Scrolls 3 Volts Baylor University Press Vako 2006 Jesus and Archaeology Edmonds Grand Rapids 2006 ISBN 0-8008-28-4-8-8-0-X Origins Matter Catholic Biblical Association of the Philippines Quezon City 2009